Guten Appetit. Danke. Schau ich krank aus? Nee, das schaust gut aus. Ja, also, ist es schlimm mit dem Tumor? Ich dachte, wir tun eigentlich so, als hätte ich den Brief nie gesehen. Als du gefragt hast, habe ich gedacht, okay. Wird cool damit sein. Als wäre es nur ein Nagelpilz oder sowas. Kannst du nicht so laut Nagelpilz sein? Okay. Entschuldigung. Das ist okay.